Kuriose Verbrechen. Die norwegische Frauenbeach-Handballmannschaft musste bei der EM 2021 eine Geldstrafe in Höhe von 1500 Euro zahlen, weil sie beim Spiel um den dritten Platz gegen die Kleiderordnung verstoßen haben. Statt Bikini-Höschen haben sie Sporthosen getragen. Äh, geil, ja! Was ist das denn? Was soll ich denn scheißen, Mann? Zieht euch sofort Bikini-Höschen an! Woran soll ich mich jetzt aufkallen? Dafür kommt ihr in die Halle! Anders kann ich mir nicht erklären, warum andere Hosen so ein großes Problem darstellen. Like und folgt mir für mehr.